guter tag hier ist der gusua wieder los geht's wieder wir haben ja ein ziel ich habe jetzt noch ein bisschen was an der base noch geändert also ich hatte dann die luftabwehr noch reingestellt gegen die dunklen bohrer getauscht dann wisst ihr da schon was los ist nova ist im klaren sehe ich gerade und ich bin jetzt einfach nur noch mal ein bisschen auf der suche nach ein wenig gold dass ich meine nächste mauer zähnen kann und ich denke mal das sollte ganz gut laufen gucken wir gleich mal oh yeah aber mit einer 23er queen die gibt mir natürlich auch schon ganz schön eine auf den sack würde ich sagen könnte ich der queen irgendwie aus dem weg gehen beziehungsweise will ich das überhaupt haha ach kommt leute was soll's und ich habe auf den graf gehört ja vielleicht habe ich sogar noch mal ein bild raus und zwar geht es darum der sagte ja höre doch auf mich mal so nach dem motto und der sagte ey hier komm der king wird doch von dir total vernachlässigt dann sage ich naja vielleicht hat der graf ja gar nicht so unrecht und habe mir gedacht gut okay komm den king dem kannst du noch mal eine chance geben der ist ja sonst echt ein bisschen sehr sehr selten von mir verwendet beziehungsweise dann auch wirklich sinnvoll verwendet sage ich mal und ja da dachte ich mir jetzt auch gut okay komm den baust du mal ein bisschen besser in die gesamten sachen ein jetzt sollte das aber langsam mal klappen hier oder die mauerbrecher das war gar nichts aber dann haben wir hier jetzt mal den king genau ja das ist schön so und jetzt muss ich die queen irgendwie da durcharbeiten und das ist denke ich mal gar nicht so easy weil das war nicht dafür vorgesehen auf jeden fall das ist eigentlich so gedacht gewesen hier so nach dem motto komm wir rennen hier mal mit den mauerbrecherchen rein und dann war es das und jetzt hat er sogar noch magier hier drin ich rache mal also beziehungsweise hauen normalen rage drauf so luftabwehr wird gekillt genau hier draußen schon gekillt soweit dass die halt nicht rauslaufen kann und jetzt gucken wir mal ob das was wird king ist schon down die 23er queen von ihm ist noch da mal gucken jetzt wird es langsam spannend genau sobald es aber schon mal auf die mauer geht wissen wir ja sie will schon mal rein das passt hier machen wir wirklich zeitlich noch mal den kessel zu dass das hier auch wirklich was wird ich behalte mir den rage vor alter verwalter die hat richtig gut reingeballert würde ich sagen und der rage musste auf jeden fall sein aber ihr seht es halt also auch selbst wenn man es eigentlich brutalst verkackt hat kann man das ruder immer noch rumreißen wenn man danach nicht alles falsch macht und dann gucken wir mal dass wir hier sogar noch die 50 prozent machen sollte auch machbar sein bloß wie gesagt ich habe halt so ein bisschen angst der king haut dann natürlich auch gut raus ach kommt ne ist es mir nicht wert ist es mir echt nicht wert ich hätte die zwar jetzt noch rage'n können aber lootmäßig wäre eh nicht mehr da gewesen ich meine ich habe meine zweieinhalbk passt alles easy alles schön ich kann jetzt noch meine mauer machen und dann ist das easy das ist diese eine hier ich gucke mal gerade die tausche ich jetzt einfach mal aus die nehmen wir jetzt mal einfach hier hin und die nächste bauen wir mal da so ran dann ist das nämlich ganz cool und wir verbessern die gleich zack ihr wart wieder live dabei und guckt euch das mal bitte an gebt euch das bitte mal wir haben hier also klar die inneren teile hier sind auf jeden fall am wichtigsten weil die halt wirklich relativ schnell von den gegnern halt angegriffen werden die äußeren teile hier sage ich jetzt mal sind gar nicht so wirklich wichtig aber in ordnung so hier guck mal hier hier haben wir man muss sich die base immer wieder mal angucken ach hier ist doch noch eine 9er mauer okay so hier das ding zum beispiel ist nicht schön wollen wir nicht dann lieber hier wirklich schön eine 10er mauer hingeballert dass das auch wirklich passt so hier sind wir so weit komplett durch genau einwandfrei also wirklich mauertechnisch ist das schon echt eine ziemlich coole nummer finde ich richtig nice dass das dann doch so schnell alles geklappt hat so ich gehe erst mal raus ich möchte mir nämlich noch ein paar gute schöne raids angucken so jetzt sind wir wieder im one million loot clan ich will mal schauen was hier so geht ich würde mal sagen hier ist einiges am start im dunklen bereich wobei man jetzt auch sagen muss das ist natürlich auch nicht die härte mit den drachen weil ich habe ich habe es halt selber gesehen ist eine super geile taktik ich habe ja selber dazu geraten macht es so und hier seht ihr das hoffentlich ich weiß nicht wie es ausgeht aber hier seht ihr das hoffentlich dass man halt wirklich mit drachen richtig gut dunkles und aber auch gold fahren kann hier ist natürlich gold mäßig nicht wirklich was am start aber ich würde mal denken dass er von oben links kommt einfach um die luftabwäschen weg zu rotzen und dann halt wirklich gleich zu sagen gut okay straight rein achso ich sehe gerade er hat ich mache es ja wirklich wieder in der kombi dass ich halt wirklich sagen gut okay ich habe drei rage dabei finde ich persönlich cool aber ich meine gucken wir mal wie es hier abläuft weil ich bin auch immer offen für neue sagen dass ich sage okay also ich bin nicht dieser der straight so und so muss es gemacht werden sondern wenn einer sagt die und die variante gibt es auch noch gucken wir uns an schauen wir mal aber da hätte ich jetzt wiederum eine sache noch gehabt die luftabwehr wie seht ihr das schreibt das mal rein die luftabwehr hätte man ja mit dem drache noch relativ schnell wegballern können oder wie seht ihr das also dann hätte ich ja eher noch die genommen oder die aber die eher nicht meiner meinung so aber hier dreimal der blitz zauber und jetzt einfach oben gedroppt war das nicht irgendwie so zwei blitz zauber und ein erdbeben zauber hätte gereicht weil dann hättest du theoretisch jetzt noch ein rage spell so infernus auf multi das ist pille palle das ist ganz klar das ist jetzt nicht so der knüller aber jetzt muss man halt eben wirklich gucken dass die wirklich reingehen aber hier sieht das schon echt gut aus also die sind schon kurz davor dass die das dunkle anvisieren und wenn man da genau hier hat man zwei drachen die sich darum kümmern und die rasieren und dann passt das alles also klar luftfeger der managt hier natürlich auch schon ein bisschen aber da passiert nicht mehr viel dunkles ist weg einfach mal 3k direkt in das portemonnaie vom king lian und von daher läuft das ganz klare geschichte da halten die drachen einfach wirklich sehr 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 viel aus theoretisch wäre sogar noch mehr drinnen gewesen er hatte den king noch den hat er gar nicht gedroppt aber einwandfrei ich meine loot mehr wäre eh nicht mehr drinnen gewesen von daher was soll ich mir den hintern aufreisen klare geschichte passt auf jeden fall so hier haut einfach farbi ein queen walk raus alle hier hast du schwein gehabt hier hast du richtig richtig böse schwein gehabt das war richtig knapp aber wie gesagt genauso wie man halt pech hat kann man auch mal glück haben fertig aus genau und jetzt genau hier ist auch noch hier auch noch aktiv werden und wirklich ne gar nicht gar gar okay du hast dir gesagt gut okay von dort ich hätte da gar nicht so das problem drinnen gesehen ich hätte wirklich gedacht ah nicht dass die mir jetzt hier nicht mehr nach rechts läuft nach rechts läuft nach unten läuft und dann dort irgendwie abhaut aber klar dass du oben erstmal mal clear ist aber hier seht ihr es einfach 10er queen das ist schon einige guckt mal hier wir haben hier einfach mal die 3er expos und wir haben bogey turm der einfach mal drauf hält wie gesagt von flächenschaden brauchen wir nicht reden ähm da geht das echt gut das ist ganz klar die hält schon was aus aber jetzt hier wie gesagt Tesla ist immer so da kommt dann zusätzlich und denkt man da kann schon schnell in die Hose gehen auf jeden Fall da wirklich immer dabei sein und wie gesagt der einfach farbi hat sogar noch die ability der queen einwandfrei jetzt kann das hier aber eine enge kiste werden ich glaube nämlich nicht dass er zurück läuft das wird sie nicht machen genau jetzt genau jetzt gegen die wand und dann doch mit ein bisschen glück mit ein bisschen glück äh kriegen wir hier ja doch das sollte passen weil außen außen seht ihr hier jetzt selber ist nicht mehr so wirklich viel dann hat sie jetzt die Möglichkeit das nächste verteidigungsgebäude wäre halt wirklich die Luftabwehr da geht sie garantiert gleich drauf und zack ganz genau und jetzt mit ein bisschen glück gleich noch aufs dunkle erst der Minenwerfer dann Magiaturm und dann sollte das dunkle fallen hätte auch anders laufen können aber wie gesagt passt einwandfrei hat er schön 2,2 gezogen einwandfrei ja wie gesagt das Wort was ich immer so oft nutze ist einwandfrei weil einer fragte einwandfrei nein einwandfrei ähm so jetzt gucken wir mal aber ja wir brauchen den auf jeden Fall der Giftspe ist schon richtig nice also da muss ich echt sagen die Dunkelkaserne ist echt richtig cool und man muss auch sagen wirklich auf Level 3 ist das Ding wirklich schon mördermäßig dass es halt wirklich auch die Geschwindigkeit des Gegners echt richtig nach unten bringt und das lohnt sich schon auf jeden Fall richtig richtig coole Geschichte Queen Walk von Fire Angel oh sogar noch mit Mega Loot aber wichtig hier natürlich auch wieder klar die Goldlager sind auch mega voll ich meine wir haben auch übel Loot klar aber man muss natürlich darauf achten wenn man jetzt wirklich das dunkle ziehen will müssen jetzt die Bohrer fallen ganz klare Sache wir haben hier ein Townhall 9er ganz genau also 2 Bohrer die müssen fallen und dann würde ich sagen in dem Bereich hier einfach reinjackern einfach babam das Zeug hier eventuell noch mit den Barbaren im Nachhinein hier clearn aber hier rein da will man hin und dann ist schick mal schauen was hier uns geboten wird ok du wolltest erstmal gucken ob was in der CB ist ja ok die lock ich gar nicht weil die ist mir total Banane also wirklich mit Queen Walk wirklich es sei denn du hast wirklich nur Loons in der Burg und du kannst die Queen nicht mehr zünden dann hast du ein Problem aber ansonsten Pekka von der Pekka wäre ich auch vorsichtig klar aber wie selten hat man eine Pekka in der CB das ist meine Meinung so genau der erste Bohrer geht down wir sehen hier schon mal da wird ein Tausender knapp weggehen einwandfrei einwandfrei 1234 dann ist da nochmal oh und dann nochmal 1200 im Lager easy genau kümmerst dich hier schon ums Rathaus einwandfrei ganz ganz gechillt guck mal hier äh klar wäre jetzt die Tesla nicht noch extra hoch gekommen aber ansonsten ist es vollkommen richtig wenn ich jetzt sehe die ganzen Death Gebäude sind mit meiner Queen beschäftigt ne das ist Mist das ist Mist aha stopp bei sowas du hast jetzt gerade damit Glück gehabt immer gucken dass die Heiler mit im Rage sind dafür ist der Rage Spell da weil das hast du jetzt hier das ging gerade so so gucken wir mal hier der hatte sich natürlich selbst auch nicht wirklich einen Gefallen getan weil wirklich mit Tesla und sowas du ziehst die Queen förmlich in die Base rein damit also von daher unnütz und auch mit sowas wäre ich vorsichtig ganz ehrlich das kann schnell daneben gehen dass die Queen sagt ach naja cool dann gehe ich mal da noch rein und die läuft irgendwo hin wo sie gar nicht hin soll klar du wolltest natürlich jetzt den Weg nach nach drinnen ebnen da dann eventuell eher nochmal sagen gut okay ich arbeite nochmal mit einem Erdbebenzauber aber das ist auch so eine Sache aber nicht mit einem Jump nicht mit einem Jump so X-Bow leer richtig cool die Heiler die jetzt am mit einem King beschäftigt waren klar die sind mittlerweile down klare Geschichte und dann hier halt eben wirklich weil die Minen und Lager Minen und Sammler halt noch richtig voll waren dann natürlich schön mit den Barbaren noch da so ein bisschen was gecleared auf jeden Fall ein richtig geiles Ding 3,6 K damit kann man schon echt was reißen das ist schon ich sag jetzt mal nicht ein Zehntel vom Queen Update das ist ein bisschen sehr hoch gegriffen aber das ist schon einiges mit Queen Level 1 alter Verwalter ja ihr wollt es jetzt richtig wissen also ihr wollt es richtig wissen also ich glaube ich habe so ein paar Queen Walker herangezogen würde ich sagen aber wie gesagt finde ich geil also das ist cool wenn man da einen komplett neuen ja einen komplett neuen Hype irgendwie auslöst finde ich nicht verkehrt und wie gesagt hier nochmal ich habe diese Strategie nicht entwickelt oder sowas ich habe es ein bisschen also ich habe das beim Power Bang Gaming Power Bang Gaming glaube ich habe ich mir das halt abgeschaut der hat das eben gemacht dass der mit den Minions gecleared hat und das hat war in meinen Augen irgendwo ein bisschen zu viel DLX was da noch wegging und deswegen habe ich gesagt gut okay komm das muss man auch anders machen können und man kann perfekt mit Barge clearen einwandfrei so jetzt gucken wir was hier geht klar hier wurde natürlich heftigst gecleared auf jeden Fall und jetzt hast du wenn ich das richtig gesehen habe erstmal in Rage total fail gedroppt aber 11 Heiler auf 3 auf die 1er Queen der Gegner war jetzt auch ein low also war wirklich ein low das war kleinen Moment das müsste Rathaus 8 gewesen sein war das Rathaus 8 also so was ich hier alles sehe könnte in Rathaus 8 drin sein theoretisch 1 2 3 das könnte sogar noch ein 7er gewesen sein dann wird es ein Rathaus 7er gewesen sein also von daher ist natürlich da noch nicht so viel am Start gewesen ganz klare Geschichte ja ja der der war Rathaus 7 ähm und deswegen war es noch nicht so hart aber ich meine ganz ehrlich man muss sich das auch erstmal trauen ich meine mit der 1er Queen äh aber ihr seht es halt selber wenn man da kein Risiko dollar eingeht dann ist das auch damit möglich klar auf jeden Fall vielen vielen Dank Baba für deinen Post mega coole Geschichte und wie gesagt du wirst dann sehen wenn du halt echt die Möglichkeit noch hast die Ability zu verwenden auf 5 dann merkst du Alter das geht ja noch viel einfacher aber das ist ja richtig Kinderspiel also im Gegensatz zu 1er Queen ganz klar also ich will das nicht zu weit runter spielen aber es ist schon wirklich cool wie das teilweise läuft das war es davon ich hoffe es hat euch gefallen nächste Folge kommt nochmal aber wie gesagt ich will auch so ein bisschen switchen zwischen den einzelnen äh Accounts wieder dass ihr nicht immer nur jetzt 2, 3, 5 Folgen habt äh mit meinem großen Account und dann gehts so weiter ich wünsch euch was Ciao Ciao